guten morgen uruguay hallo aufstehen folgendes so guckt mal her hier ich habe hier das ist kein iphone das ist ein f phone also phone also f mit ph weil man damit funieren kann jedenfalls habe ich hier was tolles entdeckt wenn man da auf uhr klickt dann kann man quasi da einstellen das zählt die zeit also wie eine stoppuhr nur ich kann angeben das zählt rückwärts also von fünf minuten auf null runter das heißt ich muss nicht immer umständlich auf die uhr schauen sondern kann einfach abwarten wenn die fünf minuten um sind dann klingelt glaube ich hoffentlich aber was man nicht alles kann mit telefonen so also folgendes es ist immer noch die zehnte folge und es ist schwierig morgens aufzustehen es klappt besser aber trotzdem ist leider der snooze button noch mein schlimmster mein bester freund und mein ärgster feind zehn folgen haben wir bis jetzt und zwar muss man mal zurückgehen zu folge eins und zwar hat da jemand einen habe ich von meiner morgenmufflichkeit angefangen zu erzählen und da hat jemand einen direkt einen kommentar drunter geschrieben und zwar nicht jetzt bei youtube sondern auf der webseite www 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 ja machen, ja. Wo war ich jetzt? Achso, da hat jemand einen Kommentar gelassen wegen der Morgenmufflichkeit und schreibt was drunter, unter anderem den Satz Hey, sind Männer oder Frauen morgenmuffliger? Sind Männer oder Frauen die größeren Morgenmuffel? Hä? Wie kommt er jetzt darauf? Und hat als URL, also als Link, eben einen Link zu seinem, oder ihrem, ich weiß es nicht, Blog eingefügt und ich schaue auf den Blog und es geht nur um so Männer-Frauen-Themen Dieses Männer-Frauen-Thema Ich hab das sowas von satt Mario Barth kann das ja noch machen, aber ich hab das sowas von satt und weil ich ja morgens leider nicht so ganz freundlich bin, hab ich drunter geschrieben ob Männer oder Frauen die größeren Morgenmuffel sind, die Frage finde ich etwas niveaulos und du hast das ja nur geschrieben um deinen Link zu platzieren Hat nicht lange gedauert dann kam eine E-Mail die mich dann wieder übel beschimpft hat Es tut mir auch leid, dass ich so gelästert habe dass der seinen Link platzieren wollte Er hat gemeint, er hat es nicht nötig aber es war ja so Dieses Männer-und-Frauen-Thema ist nämlich Männer sind so, Frauen sind so Ich hasse es Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus Warum Männer nicht Schuhe parken können Warum Frauen nicht einkaufen Ach, was soll das überhaupt? Warum immer diese blöde Kategorisierung Männer sind so, Frauen sind so in diesen tausenden Büchern und Themen und Vorträgen Warum Männer und Frauen und vor allen Dingen Erstmal Männer sind nicht so Frauen sind auch nicht so Und wenn Frauen so wären dann sind das auch nicht unbedingt die Frauen, die ich kennenlernen möchte Jeder Mensch ist ein Individuum Und man muss nicht immer Außerdem, weder Frauen noch Männer sind die größeren Morgenmuffel Sondern Morgenmuffel sind einfach Morgenmuffel Was soll denn diese Warum sucht man sich dann Männer und Frauen ausgerechnet aus als Einteilung? Wie blöd wäre das, wenn man andere Sachen nehmen würde? Was weiß ich? Nationalitäten, ne? Wann gibt es denn das erste Buch Deutsche sind pünktlich, Türken essen gerne Knoblauch Was soll denn dieser Mist Christen sind so, Muslime sind so So ein Scheißdreck Immer diese Weiß gar nicht, was das soll Wozu teilen wir die Leute in so Gruppen aus? Ist doch nur, um Vorurteile an den Mann zu bringen Männer sind so, Frauen sind so Was ist denn dann mit Männern, die Schuhe kaufen? Oder was ist mit Schwulen? Wie sind die denn? Sind die jetzt wie Männer oder wie Frauen? So ein Blödsinn Und dann dieses ganze Thema Ist ja auch jetzt so in So Bücher, wo einer von einem Land in einem anderen Land ist So, was weiß ich, meine Ein Engländer in Paris Oder ich fahre mit meiner Familie nach Schweden Und wohne da dann jetzt Um Elche zu jagen Oder Au-Pair-Mädchen berichtet über ihre Zeit in Deutschland Franzosen Franzosen Also es macht mich fertig Ich kann es auch nicht mehr ab Und ich habe jetzt gesehen Guck mal, die Zeit Ah Ist abgelaufen Gut, gut, dass es auch klingelt Wer hätte das gedacht Naja Was liegt heute noch an? Ja Steuer Aufräumen Blöder Zettel Und um vier Werde ich Aufge... Was blöder Zettel bedeutet Das werde ich jetzt nie rausfinden Und um vier geht's los Auftritt in Herne Da wäre ich gerne Beim tollen Kollegen Helmut Sanften Schneider Nachtschnittchen Kommt hin Und schreibt hier drunter Was ihr hören wollt Auf Wiederschauen Und um vier Vielen Dank.